Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash, holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Jimmy Blue Ochsenknecht und die vermeintliche Trennung von seiner Laura, der Familie Ochsenknecht, zumindest großen Teilen, könnte diese Meldung oder dieses Gerücht gefallen. Noch hat weder Jimmy Blue Ochsenknecht noch seine Freundin oder jetzt Ex-Freundin irgendwas gepostet dazu. Es gibt jetzt ein wildes Gerücht und ich weiß nicht, ob die Quelle so gut ist. Das Promi-Wood soll wohl zu Sam Dillen gehören und der soll wohl dahinter stecken, hinter diesem Portal und ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich gute Informationen hat oder die von Promi-Wood ist es jetzt allerdings mir zugeschickt worden und das wäre natürlich sehr, sehr, sehr spannend. Und sie schreiben hier exklusiv, sie waren bereits verlobt, Jimmy Blue Ochsenknecht und seine Laura getrennt. Und ja, für alle, die jetzt da gar nicht so richtig drin sind in dem Thema, Laura und Jimmy Blue waren noch in der zweiten Staffel von die Ochsenknechts, also der Sky-Reality-Show, dabei. Und ja, schon während der Dreharbeiten merkte man, dass Laura durchaus auf den Jimmy einwirkt und Jimmy und die Familie immer mehr so Problemchen miteinander entwickelt haben. Jimmy war auch bei dem Sky-Event, wo ich vor über einem Jahr war, dann schon gar nicht mehr da. Da hieß es noch, er ist krank und kann auch sein, aber er war zur Premiere der zweiten Staffel nicht dort in Berlin bei dem Event, sonst waren alle von der Familie geladen und auch dort, selbst die schwangere Cheyenne waren da und man merkte, irgendwie ist da was. Ja, und dass das allerdings dann wirklich auch komplett eskaliert ist, das hat man jetzt bei der dritten Staffel gesehen, also sowohl Jimmy Blue Ochsenknecht als auch die Familie, ja, gehen getrennte Wege momentan. Der Einzige, der mit Jimmy Kontakt hat, ist Wilson Gonzalez, der sich da so ein bisschen raushält. Die anderen haben alle mit ihm gebrochen und auch mit der Frau und die geben auch der Frau die Schuld. Auch Jimmy Blue hatte sich ziemlich ungeschickt ausgedrückt bei seiner Tochter, da hatte ich ja auch vor einigen Wochen drüber berichtet, wo er dann so eine Reaction hochgeladen hatte. Hochgeladen hatte, hört sich besser an und dort halt auch darüber sprach, dass er kein freiwilliger Erzeuger sei. In Interviews früher hieß es aber, ja, das ist ein Wunschkind und er freut sich total und er war auch zumindest die erste Zeit für seine Tochter Snow da. Dann kam es ja zur Trennung mit Jeles Scotch, ich nenne sie immer Jealous, weil sie immer irgendwie so ein bisschen auch merkwürdig agiert auf Instagram und ich war ja zum Teil auch vollkommen bei Jimmy, wenn es dann wirklich so private Dinge gibt und so Spitzen Richtung ihn, fand ich das teilweise too much. Jetzt aber zuletzt war ich klar auf der Seite von Jeles, die ja da vollkommen alleingelassen wird mit der kleinen Snow und die Snow kann ja nichts dafür, dass Jeles und Jimmy nicht miteinander können und das, was Jimmy wie gesagt auch über seine Tochter dort sagte, das macht man einfach nicht. Selbst wenn man das denkt, spricht man das nicht öffentlich im Internet aus, das Internet vergisst nie und wenn Snow das mal nachgoogelt oder von Leuten gesagt bekommt in der Schule, ist das sehr, sehr unschön und das ist uncool von ihm gewesen. Da bleibe ich auch bei. Nichtsdestotrotz wurde auch immer wieder Jimmy in dieser neuen Staffel bei Sky erwähnt und auch nicht immer gut, da ging es dann auch um Geld und so eine Paypal-Geschichte, wo es auch so ein bisschen dubioser rüberkam, dass er da irgendwie Sachen über das Paypal von der Mutter der Natascha bezahlt hat. Das hat er sich dann aber irgendwie geklärt, zumindest wurde es auch in der Show dann so rübergebracht, dass mir soll es egal sein, das ist deren Sache, aber er wirkte alles ein bisschen komisch. Es wird ja auch immer wieder gemunkelt, dass er pleite sei. Zuletzt war er bei RTL zu sehen, bei diesem Jesus-Event und das war ja durchaus sehr lustig, weil es sehr trashig war und er hat den Judas gespielt. Also RTL hat Humor, er anscheinend auch so ein bisschen und naja, wie dem aus sei, es war immer wieder davon die Rede, dass die Freundin oder die Verlobte von ihm auf ihn sehr stark einwirkt und sehr herrisch wohl sein soll, ob das jetzt so ist oder nicht. Das ist die Frage, es kommt auch immer darauf an, was lässt man als Mann zu, egal wie jetzt die Frau ist, ich finde mit seiner Familie komplett zu brechen oder mit der eigenen Tochter. Das ist dann charakterlos, egal ob man jetzt eine herrische Frau neben sich hat oder nicht. Wenn er jetzt allerdings zu Vernunft gekommen ist und selber gescheckt hat, ey, das war jetzt die letzten zwölf Monate absolut daneben, mit meiner Familie habe ich keinen Kontakt, verdienen kaum noch Geld, bin nicht mehr bei der Reality-Show dabei, werde aber trotzdem zum Thema gemacht, dann kann ich da auch gleich mitmachen. Ja, mit meiner leiblichen Tochter habe ich keinerlei Kontakt, jedes Gottsch möchte auch gar nicht mehr, dass man Kontakt hat, beziehungsweise ist die auch bedient, also die Ex von ihm. Und ja, das ist dann alles irgendwie, glaube ich, für ihn dann vielleicht auch so ein Punkt gewesen, dass es vielleicht wirklich so zu einer Trennung gekommen sein könnte. Und was jetzt hier noch gepostet wurde von Brommi Wood, sie waren das Traumpaar und sie war ein Anker für ihn, also sein Anker nach der Trennung von Jedes Gottsch. Wie Brommi Wood exklusiv aus dem Umfeld von Jimmy Blue Ochsenknecht erfahren hat, sind er und Rennfahrerin Laura Marie Geisler getrennt. Also es kann natürlich durchaus sein, dass sich die Trennung bei der Familie rumgesprochen hat oder bei seinen Freunden und die das dann jetzt rausgeplaudert haben. Dann geht es hier weiter, aktuell schweigen noch beide zu der Trennung, doch schon bald soll es ein Statement geben. Jimmy Blue brach sogar wegen Laura den Kontakt zu seiner Familie ab. Mehr exklusiv auf Brommi Wood.de. Credits gehen raus, wie gesagt, wenn die jetzt als Erster die Informationen hatten, dann ist das natürlich echt heftig. Ich werde natürlich das Statement sowohl von Jimmy Blue als auch von seiner, ja vielleicht, Ex-Laura dann hier natürlich mit euch besprechen. Und wir dürfen gespannt sein, ob es jetzt zu einem weiteren Rosenkrieg kommen wird oder ob das jetzt alles doch nicht so ist und so stimmt. Wie gesagt, Brommi Wood, ob das jetzt so eine gute Quelle ist, wage ich zu bezweifeln und Sam Dinn, der dahinter steckt. Ja, ich finde ihn ja ganz lustig hier und da bei den Trash-Formaten, aber der hat auch irgendwie so eine Art und Weise, die ich auch sehr fragwürdig finde. Aber das ist nur meine Meinung, ihr könnt unten reinschreiben, glaubt ihr das oder nicht? Oder wurde das jetzt, wenn ich das Video hochlade, genauer dann, ja das wird natürlich perfekt auch für das Video, vielleicht schon auch bekannt gegeben, dass das alles hundertprozentig stimmt. Wie gesagt, zur Aufnahme des Videos, ich produziere das ja immer so einen Tag vorher direkt für euch, ist es noch nicht raus. Ja, also wir müssen jetzt noch abwarten, ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da nichts dran ist. Ich könnte mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen, dass da was dran ist, weil wie gesagt, die Familie mochte sie sowieso nicht. Er hatte sich dann auch mit der Familie überworfen, mit seiner Ex Jelis, das Kind, die dämlichen Postings zuletzt und vielleicht ist er da auch jetzt ein Stück weit auf den Trichter gekommen, um zu sagen, ey, das ist glaube ich jetzt hier nicht so gut, wenn ich, ja, hier diesen Weg hier weitergehe die nächsten Jahre. Ich sollte jetzt vielleicht doch nochmal, bevor Snow irgendwann 20 ist, vielleicht jetzt den Kontakt nochmal aufbauen. Das wäre am wichtigsten, sowohl für die Tochter als auch, denke ich, für ihn, auch für sein Image, ja, das hat enorm gelitten die letzten zwölf Monate und wenn er nochmal mit der Musik und mit dem Schauspiel was reißen will, dann ist das ja auch nicht so ganz unwichtig, vielleicht mal private Dinge zu klären. Und ja, das sollte dann das hier für heute gewesen sein. Lasst für mehr Gossip dieser Art gerne ein kostenloses Abo da und wenn ihr bis zum Ende geschaut habt, dann schreibt mal Trennung unten rein, ja, und dann bin ich mal gespannt, wie viele bis zum Ende auch geguckt haben. Bis dann und ciao, ciao.